Sieh, da hast du jetzt mal ne ganze Runde. Aber guck hier, jetzt hab ich den letzten Horst hier. Willst du mir einfach was machen? Nee, das ist jetzt schon wieder reinfest. Dann im Schnee mach dich selber auch. Das ist die erste Runde, die ich jetzt durch den Wald gehe. Die sind immer nur durch den Ort hoch, weil du bist da jetzt gar nicht gelang gekommen. Alter, ist das krass. Die haben alles weg gemäht. Ja, guter Freund, du besuchst mich gerade mal vorbeigekommen. Und gucke dich das. Das war die schönste Stelle hier. Ja. Das gibt's da nicht. Oh, wow. Wahnsinn, Taira war langsam. Wer weiß, was sich dahinter versteckt. Pfiffi, ne? Kalt, ne? Das ist krass. Komm her, hier. So, jetzt sind die Leute unterwegs. Ja, im Grunde haben sie sich in die Geräten brechen, dieses. Ja, oder unten ist auf dem Kopf fällt. Ja, auf jeden Fall war ich hier, Alter, bis zur Hüfte war Schnee. Ich hab dann vor einer Woche probiert, mal durchzugehen. Da war noch alles. Und durch den Ring war, also. Oh. 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 Was wird denn hier im Sommer aus meinen ganzen Heidebären? Die ganze Sträucher sind jetzt hier. Oh. Alter, ey. haben sie ja alles abgemeldet und draufgeschmissen ja blau bären das geht auch nicht und hier nochmal lang nochmal rüber komm gleich training ja kommt noch mal wieder ja schon ja 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 Das ist gut, das ist immer mehr.